Usgang TV wird dir präsentiert von Canon und Nokia. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Usgang TV. Ganz besonders deshalb, weil ich heute mir und allen weiblichen Zuschauern da draußen Kindheitsträume erfüllen werde. Mädels, aufgepasst heute bei mir in der Sendung. Brian, Howie, Nick und AJ von den Backstreet Boys. Ich möchte dich küssen. Party, Party, Party. Jungs, nehmt es mir nicht übel, dass mir heute ein klein wenig die Worte fehlen. Alle Mädels werden mich verstehen. Denn wisst ihr was? All die schlaflosen Nächte, mein ganzes rausgehaune Taschengeld. Und das jahrzehntelange Warten haben sich gelohnt. Denn ich habe sie getroffen, die Battle Boys. Und als i-Tüpfelchen hat Nick mir einen Antrag gemacht. Das ist die Wahrheit. Everybody, yeah, rock your body, yeah, yeah, everybody rock your body, rock your body, rock your body. Backstreet's back, alright. Eins, zwei, drei. Backstreet Boys, wir lieben euch. Wem wurdest du gezwungen hier zu sein? Von der Freundin. Von der Freundin? Ja. Nimmst du dich mit? Weiss doch nicht. Ist AJ in Konkurrenz? Nein. Brian? Nein. Nick? Gerne. Und Howie? Gar keine. Wo ist sie im Moment? Was? Ich glaube sie ist Backstage. Und nicht für Brian. Nein. Okay, ich gebe es zu, das war gelogen. Nick und ich sind nicht verlobt. Dafür habe ich gleich Brian und AJ im Interview, weil Nick und Howie sind abgehauen, nachdem sie von meinen Heiratsplänen erfahren haben. Aber die zwei anderen Süßen seht ihr jetzt. AJ? Hi. Und Brian? Hallo. Hallo, perfect. Du sprichst Deutsch. Nein. Was kannst du sagen? Was are you able to say? Ich möchte dich küssen. Okay. Perfect, thank you. Ich liebe dich. Warum sprichst du German? Wir haben hier praktisch lebten, als wir erst in Europa, Deutschland, Deutschland und Österreich waren die ersten drei verschiedene Komplätze. Das ist ein paar Länder, die uns wirklich inbezogen haben, bevor die USA selbst wussten, dass wir lebten. Wir waren hier seit ungefähr zwei Jahren. Ich würde gerne hierher kommen, in Deutschland, eigentlich. Ich meine, ich habe schon in den letzten paar Jahren gearbeitet, also ich liebe snowboarding. Ich ging mit DJ Bobo, letztes Jahr. Was ist sein Name? Ich kann das nicht weg. Ich kann, ich kann. Wir haben uns ein Freund. Wir haben uns für Bobo ein paar Jahre gelesen. Und wenn wir hier zurückgekommen sind, wir kamen zu seinem Haus, wir hatten Fondue. Oh, so gut. To meet his wife? Ja, his wife ist großartig. Wenn wir mehr Fondue haben, wir werden alle Fattstreet Boys. 17 Jahre ist ein sehr lange Zeit in diesem Boyband-Welt. Was ist dein Geheimnis? Ich denke, dass wir uns so gut kennen, dass wir uns so gut kennen. Wir haben zusammengekommen, wir wissen, was Buttons zu pushen. Wir sind noch Freunde? Absolut. Ich denke, jetzt, weil die Zeitgeist-Gapen ein bisschen closed, seit Kevin leften, es ist nicht so viel Freunde. Oh, natürlich. Er wird immer wieder sein. Brian ist Familie. Er wird immer wieder sein Familie. Er wird immer sein Familie zu uns. His mother and my father are brother and sister. Yeah, that's why you look so similar. Oh, you think? You look like Kevin. Hey! I am currently dating someone. Two of the guys are married, and Nick and myself both have girlfriends. You know, it's been hard, obviously, trying to have a good, serious relationship. I mean, you travel a lot, meet new people, you're always on the road. Yeah, rock your body, yeah, everybody, back streets, back, all right! We love your voice, we love your look, we love everything about you. And this over 12 years. I heard you did this tattoo for your wife. These are lyrics. Oh, this is beautiful. No, no, no. No, this is actually my wife, right here. But, um... And this is the ring of your wife. Yeah, well, this is my ring. I have lyrics to a song about the day we met. It was the 15th of June when she walked in my life. It was the first time that someone said hello with her eyes. I've got a lot of work. Not as much as he does, but... And you get a lot of sex because you get a lot of girlfriends. No, 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 no. That's the one thing I will not do is put someone's name until I have a family on my own. And I have kids who say, what are you doing? It's a question I ask myself every day. What are you doing? I would cry for you. I would do everything for you. And where else do you have some tattoos? Just my arms, my back, back of my... Boring. Nothing below the waist. I, I, no. I got the skinniest legs and I don't ever wear shorts. Here's good, but... You did it, man. I could light a match with my foot. AJ, I love you. Nick. 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 Nick, I love you. Nick is a cool bitch. Nick, you cool bitch. Well, me? That's me right there. Yeah, you look so much better on this picture. Everyone gets... Everyone gets me and Howie still confused. Do we look anything alike? We look nothing alike. No. Exactly. No, not at all. Really not at all. Wow, This Is Us is really a declaration for who the Backstreet Boys are. It's kind of black and white with us. And, you know, This Is Us is really just that. It's urban, it's dance, it's pop, it's Euro. It's kind of all those styles, you know, mixed into one. Kind of what, you know, hopefully what fans, Backstreet Boys fans, know us as. You know, a great dynamic record with those ups and downs. I know Nick Carter personally. I'm sure we can get through. Really? Through Nick Carter, yeah. I don't like him so much. He knows Howie and I know Nick, so... I don't know Nick, I know Howie. And... Who's more important? Nick Carter. Whoa! Actually, Brian and AJ are much more important. Some milkshakes now? Yeah! Wow! Really? Yep. Protein shake. Try it. It's a really good protein shake. Cheers. Salud. You like it, don't you? It's really good. That's his signature thing. He's all... Woo! Woo! What about you? Dating someone? Yeah, I'm dating someone, but no, not a boyfriend. Quit. I broke up. I'll never break your heart. Party, party, party. Thank you. Friends that meet me at the hotel room. You know what's my favorite song? Can I hang his three? Let's see. I want it that way. Listen, baby, I'm sorry. I'm gonna tell you, don't worry. I will be late. Don't stay up and wait for me. Okay, wait. I'm gonna narrow it down. It's not a ballad. What album is it from? Shut up, shut up. Let's do it. Okay, you said it's not a ballad. I'm sorry. I'm gonna tell you, don't worry. I will be late. Don't stay up and wait for me. Okay, okay. He got it, yeah. It is that one? Ah. It's just because my blue disatology, so... Boundary is alone, so sing it now. We're going to a place nearby. We gotta shake. Come together, right now. On TV. Oscon. Hello, how are you? Hello, I'm Brian. And I'm with AJ. From the Backstreet Boys. And you're watching Oscon TV. That's right. Oh, sorry. Schlafmützlis, raus mit euch. Sonne scheint oder der Mond. Auf jeden Fall gebt Party a good Luna. Und deswegen gibt's meine Party-Tipps. Gossip am Freitag im Jade. Geht auf Ausgang.ch für die neuesten Gerüchte. Samstag, Club Queue, 5 Jahre Bandits mit der Top-Headliner Schlomi-Arbach und Funkti-Wut. Ulmer Halle 7 St. Gallen, der berühmte Indoor-Strand City Beach kommt in die Ostmetropole. Der Freitag und Samstag ist eine Eröffnungsparty bis spät in die Nacht. Prodigy am Montag 30. im Hollen-Stadion. Powered by Ausgang.ch Wir sehen uns nächsten Dunstieg wieder mit einem Special aus Arosa mit Party, Fondue und Schlittenfahnen. Schaut zusammen, bis nächsten Dunstieg und schau mal schnell hierher, because the cashknot in den Frühschrank. Because the cashknot in den Frühschrank? Was heißt denn Schlafmütz? Schlafmützlis? Heißt du so? Kann ich sagen? Schlafmützlis, man versteht es doch, oder? Quit playing games with my... Komm, 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 komm. Mach nochmal, mach nochmal. Everybody, backstreet... You're right. Backstreet's back... Alright. I'm sorry.